Hallo zusammen, die Kinos sind wieder offen, aber ist das auch wirklich sicher, um zu gehen? Ja, sicher. Hey. Eigentlich ist es so wie immer. Zum Beispiel bei Händen desinfizieren. Und immer schön Abstand halten. Und zwar überall. Bei der Kasse, beim Innen gehen und beim Absitzen. Entschuldigung. Natürlich. Rücksicht nehmen ist natürlich auch wichtig. Eigentlich so wie für ihnen. Du lässt mir keine Abfallungen. Geht er telefoniert? Pssst. Et on ne bevarde pas pendant le film. Was hat er gesagt? Nico. Ich finde es von da. Hoi stop de John B. Sale. See all the mainsail sets. Call for the captain of Shaw. Let me go home. Let me go home. Vai geht's mir nicht so. Let me go home. Kleine jetzatle in mir. iconic proudly Subsịates und Podium Blankow genutage Allsichtig mehr da über den Mundbden und pedestals. Entwickerkpreise.